Loll, wo ist denn... Wo ist denn die Truhe hingegeeatet? Loll, die ist auf meinem Feld gerade gelandet. Als ob das geht, hä? Junge, die ist gerade durch mein Bild geflogen. Ja, bei mir ist die auch. Aber du warst doch gar nicht bei meinem Feld. Die lag auf meinem Haumfeld eben. Konnte gerade einsammeln. Jo, was geht denn jetzt ab? Was ist mit der... Was ist mit der Map? Was war das denn? Junge, die Don't Kill war ja die größte Fehlentscheidung. Oh. Oh, spring nochmal schnell! Oh, ey, ungeheben, nippelt der im Sprung ab. Wird er gestorben, mal lucky. Bruder, war das ne Katze? Ja, das war mal ne Katze. Ja, du bist ins Mikro geschnurrt. Ist das echt? Habt ihr das gehört? Ja. Ja, riecht laut. Was ist denn das hier eigentlich? Wieso hat denn der 8. Oxfors? Ich bin Oxfors. Ich bin Oxfors. Ich hab auch noch gewonnen, Alter. Mit 66 Amp. Oh Mann. Wenn der nicht hier mal auch missforschen geht mit den Inems. Und er hat halt ein Admin-Emblem, so. Ist eigentlich nicht so. Wie ist schuld in der Komp? Ey, das ist schon wieder so unfortunate. Ist in allem Dingens hier zwei Galios drin sind. Und ich jetzt ein Zweier-Galio auf der Bank hab. Ja, du hast ja auch noch keine missforschen. Ey, jetzt mein Spieler ist mal abgestürzt. Nach dem Gag einfach nur verdienen. Wirklich. Alec! Sonst geht's dir aber gut, oder was? Ich sauge hier Staub. Guck. Das ist klar. Aber irgendwie tun sie das. Ach scheiße, ey. Ich bin... Ich bin für zwei MFs. Heute spiel ich auch noch gegen den Urgott, oder was? Ey, der hat ja einfach nur Gold 5... Der hat nur Gold 5 Units aufgestellt. Sonst nichts. Ja, meine MF hat schon wieder nicht ein... Junge! Wie viele Items hat der grad gedroppt bekommen? Von dieser einen Welle? Und da liegen immer noch 5 Kisten. What the fuck, Alter? No hate, aber ich hab gleich Gangplank 3. Ich hab die einfach nur aus Random genommen. Ich hab schon 6 Stück. Wie viele haben denn die anderen, die Gangplank auch gemacht haben? Ja, ach so! Ja, genau! Oh, genau! Yeah, what the fuck! Man, der Fokus ist so scheiße! Junge, bei mir wird's mit den Racken aber mies, Alter. Ja, bei mir auch. Oh, mein Gott! Nur noch ne Juvie! Oh, mein Wasser! Oh, mein Gott! War das knapp, Alter! Junge, die sind rausgeflogen, Alter! Das war ja so knapp, Alter! Alter, das ist noch ein Sportular. Ich könnte mir noch nen Atmen machen. Irgendwann aufschmeißen. Was mach ich? Nein! Ich hab'n Disconnect! Ach komm, Brudi! Genau jetzt! Ich hab'n Disconnect! Nein! 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 Schon wieder! Brudi! Ich will doch nur nen Spatula haben! Was ist denn hier los? Wo bin ich? Was krieg' ich? Was hab' ich genommen? Ein Bait! Ey, Mann! Ich hab' auch nur Sonar! Will mich dieses Spiel verarschen und haben gecrafted halt! Alter! Bruder! Wenigstens wird die jetzt richtig tanky, ist aber auch was! So sauer, Alter! Alter, das ist doch auch ein Scherz! Alter! What the fuck, Mann! Das für Items! Vorher war 8er, das höchste! Ja! Also neuner Laserkopps! Wild! Junge, der gute alte Prankster... ...Failslinger... ...Dingens! Heißene Champ! Oh Gott! Bei meinem... ...Opponent... Mein Team ist so OP, die können mich nicht töten, Alter! Ich... Das ist ein krankes Team! Den Combat hätte ich nicht schnell verloren! Ich überfahre jeden einfach so hart! So, mal gucken, wie ich den jetzt überfahre! Das ist der andere Set-Spieler! Ne, da spielt ja noch einer Set jetzt! Oxfords! Das ist ja nicht der Hacker-Typ! Ist der Hacker-Typ schon rausgeflogen? Ne! Jetzt spiele ich gerade! Jogi, ich überfahre die alles! Oh lol, das war's schon! Jupp! Neuer Laser-Corp ist halt wild! Okay, ich brauche auch einen Bogen! Ich brauche auch einen Bogen! Ich brauche einen Bogen! Ich werde den auch nehmen! Dann kann man sich Shurshot-Craft! Ey, sonst den... ...Bastien 0354... Ey, stopp! Ey, Mann! Jetzt genau, wie ich dran bin, oder was? Fickt euch! Was ist das für ein Betrug? Oh, genau, wenn ich ja dran mit auswählen bin! Crashed man ein Spiel, oder was? Ja, 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 oh! Was ist die... Jo, hallo! Ich möchte doch spielen! Ich will mal Underground-Cress direkt als erstes auch mal da... Okay, erstmal drei Undergrounds aufstellen! Der Hammer macht die meisten von der Arbeit! Ich schicke ihn einfach! Hey! Junge, ich habe es noch gesagt! WTF? Ich habe Wild West 2... Ich kriege einen Sparte, oder was ist das denn? Höh? Oh, nein! Alter, Junge! Ich kriege hier die Seller noch? Alter, was? Also, da wäre auch ein On-Item drin gewesen, aber es wäre einfach Quatsch gewesen, den nicht zu nehmen... Ah, nee, nee, nee! Das ist richtig... Junge, ich werde zu OP gleich! Alter, WTF? Deswegen habe ich gar nicht gefragt... Jetzt müssen wir hoch, Alex! 100 Gold! Jawohl! Oh mein Gott, ich komme nicht klar! Was kommt denn hier alles? Das Leveln auf 9? Alter, das sieht nicht so gut aus hier bei mir! Das ist, äh... Quick! Boah! Boah, Alter, Junge! Voll zu, ich verarsch! Oh, das war so knapp! Oh, das ist ja immer noch 50 Gold! Ja, ich... Das... Warte doch mal! Oh ja, da endlich! Junge, wie viel Sachen droppt denn hier mein Ur-Gott? Junge, wie viel Geld? Junge, wie viel Gold dieser Ur-Gott droppt? Junge, wie viel Junge jetzt hatte ich auch im Feld, ey! Natürlich ärgerlich! Egal, das war eigentlich ganz witzig! Sechser Underground! Alter, willst du mich verarschen? Junge, ich kann nicht re-rollen! Junge, ich... Jetzt habe ich den Disconnect da gehabt! Ey! Ich habe mir jetzt mein Re-Roll ausgegraut! Junge, danke für diese Scheiße, ey! Toll! Ja, danke für nichts, ey! Ich brauche... HÄÄÄÄÄ?! Aufgegeben! Aber er hat doch den Rott genommen! Warum? Hahaha, jetzt echt? Den Rott genommen und ist dann geliebt? Jaaa... Braucht er nicht!? Soll noch Ur-Gott! Oh Gott! Hier ist dein Ziel vor, Alter! אומר! Und ich sage noch Ur-Gott und Peter sagt im Video Ur-Gott, äh, oh Gott! Scheiße, ich habe eine Yu-Mi wirklich! Ich brauche keine Yu-Mi! Aber ich kann doch einmal rollen! Roll dich noch mal? Ja, ja, ich gehe Yu-Mi! Okay, was ist das hier? Das ist ja auch Pisse. Oh, ich konnte es nicht einsammeln. Hä, das habe ich nicht. Ich habe... Nee, nee, ich wurde schon wieder verkauft, Alex. Du hast nur bis drei Sekunden vor Ablaufzeit. Hä? Das hatte ich letztens auch. Oder Jonas hatte das auch. Was ist denn das? Wo soll man das denn wissen? Aber Junge, ich hatte da die Dingens. Die Poppy wollte ich nehmen. Ach, Mann, Pisse. Wie Morddog, ey. Fetter Hurensohn. Nein, Junge, weißt du? Wir sind zwei Minuten im Kurs. Ja, Junge, warum geht das denn bei drei Sekunden weg? Warum? Was hat das für einen Grund? Nimm mir eine Rechtfertigung dafür. Gibt's nicht. Einfach Much. Flamings TFT-Carry und Flaming. Bitte stürzt euch von der Brücke. Das riecht nach Smurf, Nils. Das riecht nach Kunsch, sein Urgroßvater. Ja, noch nicht einen Unit, die ich brauche. Ja, dritter Re-Roll. Immer noch keine Unit, die ich brauche. P.R.R.O.L.D.! Nicht eine Unit, die ich aufstelle. Geil, Morddog. Danke, danke, danke dir. Mein Game ist schon wieder einfach weg. Einfach weg, weil ich kein Org mit habe. Danke. Junge, jetzt verrückt dich doch mal. Es ist halt so langweilig, solche Runden. Was soll ich machen? Ich habe alle meine Rolls gerold und nicht einmal einen Champ gehabt, den ich aufgestellt habe oder aufstellen möchte. Ja, weil das waren alles nur Level 3 Units. Dann werden die auch weiterhin nur Level 3 Units vorgeschlagen. Du hast höchste Chance auf Nila in deiner Kompon. Ja, oder Riven. Ah ja, oder Riven, ja. Beides nicht gesehen. Ja, das ist dann blöd. Let's go. Let's go. Bis zum nächsten Mal.